Ja, erst mal sagen, was es gibt. Was gibt es? Was gibt es? Hoffentlich was gut ist. Oh, der neue Mulan ist gut. Nein, der ist scheiße. Gerade gesehen. Der kann nicht gut sein. Ja. Kommt drauf an. Also manche Leute sind sich da uneins. Ich kann nicht nichts sagen. Den hatte ich auch lange nicht mehr. Baymax. Baymax gibt es. Oh, Baymax, wie geile. Voll süß. Insofern ist das glaube ich sogar der erste Marvel-Film von Disney. Weil Baymax ist ursprünglich eine Marvel-Serie, glaube ich. Echt? Ja. Echt? Alles kommt sein Lied drin vor am Ende. Also ich weiß, der allererste Marvel-Film war damals tatsächlich Howard the Duck. Von Disney aber, oder? Nein. Oh Mann. Der allererste Marvel-Film, da gab es doch gar keinen. Ja, das war damals Howard the Duck. Diese Ente, die auf die Erde kommt da. Ich weiß. Ich weiß, wer Howard the Duck ist. Ja, der sagt's doch. Wieso bin ich denn erster? Ich bin mir bewusst, wer diese Ente ist. Nein. Und ich falle. Du, ich weiß es gar nicht jetzt irgendwie. Warum fallen wir? Ich wusste es tatsächlich bis vor Grauma-Zeit nicht, wer es war. Ja, der kommt einfach mal. Also es ist ja quasi eine Ente, die, oder so ein Typ, der in eine Ente verwandelt wurde, wenn ich das richtig verstanden habe. Nee, es ist eine Ente. Das gibt es nicht. Das ist eine Ente, der kommt halt vom Planet, wo halt Enten sind. Der ist aus einem anderen Universum, aber nein. Ja, genau. Ja, 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 ja. Oh nein. Ja, das wird nichts. Oh, Siehul. Siehul. Siehul, warum ziehst du mich nicht mit? Du warst gerade vor mir. Ich dachte, wir sind Kumpels. Ich wusste nicht, dass du hinter mir bist. Nein, das war doch nur ein Scherz. Ich war natürlich vor dem Ziel. Egal, das schaffe ich ja nicht. Aber hey, ich meine, ich bin ins Finale gekommen. Ich bin so blöd zum Scheißen bin ich hier. Ja, mehr als genug. Frisches kenne ich. Kenne ich. Hey, weißt du, vor dem Ziel kackt er ab. Ich weiß nicht, wie ich, äh, fick meine, meine Damen leere. Nee. Yo. Yo. Den Drey. Nicht wahr, Siggi? Yo. Dann wird nicht weg. Denn viel Spaß. Tschüss. Nee. Ich weiß noch nicht, wenn geht, aber tschüss. Äh, Iron. Ah, Iron. Irene. Das gibt's doch nicht. So kurz zum Ziel. Oh Gott, Kaya, du bist hier noch am Arsch der Welt. Hör auf, ey. Du machst mich nervös. Guck mal, ich verliere an Dauern. Ja. Guck mal, hat's jemand geschafft schon? Ja. Guck mir nicht zu. Ich seh das. Echt? Ich guck dir gerne zu. Ich hab's geschafft. Nein, so kurz, ey. Leck doch die Klofradenfuß, ey. Da glaubst du nicht. Ich hab's auch nicht geschafft. Oh, ja, du warst ja am Start noch. Ich war erster. Und dann hab ich an den Russen verkackt. Das ist ärgerlich. Ist denn jetzt überhaupt jemand weitergekommen? Ja. Wie oft denn noch? Ist jemand weitergekommen? Also ich bin nicht weiter. Ist jemand weiter? Ich bin nicht. Ich weiß nicht. Ist jemand weitergekommen? Ich hab gar nicht aufgepasst. Nee, lass mal aufhören jetzt. Ja, ich würde auch sagen. Ja. Okay, Timeout für meinen Mod. Timeout für Frisches. Wer ist dieser Frisches? Wer ist dieser Mod? Du. Wer ist dieser Mod? Agent Du. Ein Unfähiger noch dazu. Agent Du. Wer ist gestorben? Du. Wie? Agent Du ist tot? Oh nein. Nein, du. Ey, wer bist du? Ich bin Du. Nein, ich bin ich. Und du? Wer bist Du? Ich bin Du. Oh, ich liebe es. Wie hießen die Filme nochmal? Rush Hour? Rush Hour. Wenn du erst noch überlegen musst, wie die Filme heißen, dann... Das ist aber was hier. Oh. Ich fände das ja genauso gar wie bei Dings hier. Dr. Strange. Wo er das erste Papier in den... Ich weiß nicht, wie er heißt. Den Bösen da gegenüber steht. Wo er sagt, und sie sind Mr. Doktor. Mr. Doktor, mhm, ist es Strange. Ja, richtig stimmt. Ja, manche von diesen... Ich finde es interessant, dass diese ganzen Marvel-Filme... Äh... Also ich mag auch nur Dr. Strange und Iron Man, muss ich sagen. Die ganzen Marvel-Filme haben ja die ganze Nerd-Kultur in den Mainstream gebracht. Ah. Finde ich interessant. Uh, Eidi, was machst du? Jetzt kommt ja demnächst... Was heißt demnächst, ich glaube, ab August... Neue Marvel-Serie... Wie tief kannst du gehen? Wie tief kannst du gehen? What If kommt ja raus. What If? Ja, das spielt nach Loki. Das ist eine animierte Serie. Sprich, da kann alles möglich sein. Da gibt es sogar halt einen Zombie-Captain America. Also von daher... Lokoki. Lokoki. Erschied ist ja gar nicht mal so schlecht. Hab ich noch nicht gesehen, tatsächlich. Lokoki. Also wer... Also... Lokoki. Lokoki. Lokki. 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 Lokki machen. Also ich finde... Also wer Marvel mag, würde ich sagen... Loki Luke. Könnte ich empfehlen. Hast du die andere Serie da gesehen? Agent of Shield? Ne, das hast du mich tatsächlich nicht gesehen. Ja, hab ich gesehen, aber irgendwann wird es langweilig, muss ich sagen. Entsalterweise... Ich habe... Ich sag's immer so... Für mich sind Videospiele, was für andere Serien sind. Nämlich die Haupt-Entertainment-Quelle. Und ich sehe sehr selten Serien. Gell? Gell? Nein, nicht mal, weil ich Serien nicht mag, aber... Ich weiß sie mehr, weil ich sie halt nicht so sehr mag, da auf jeden Fall. Also Serien und Filme guck ich eigentlich auch nicht viel. Oh, aber alles klar. Ja, weil ich guck sie meistens mit anderen. Oder vielleicht, wenn ich meines... Das, das, das... Ja, zweit ist natürlich immer... Oder halt mehr, mehr, denn... Es gibt aber halt so Leute, die zerquacken dir alles. Und das ist dann auch blöd. Hä? Ja. Ich sag fast nie was, Gott sei Dank. Ich kann nämlich meinen Mund mal zwischendurch halten. Nein, kannst du nicht mit ihr. Kann ich kaum Filme gucken, oder dass du dazwischen laberst. Wie Herr der Ringe zum Beispiel. Die ganze Zeit... Die ganze Zeit... Die ganze Zeit ist der Kerl am Labern, am Labern, am Labern. Ich bin eine Krone bekommen. Redet mit. Jede einzelne Stelle, und man kriegt nichts vom Film mit. Ich bin eine Krone bekommen. Wie er sich rausredet. Ja, du hast eine Krone bekommen, aber das kriegt hier irgendwie jeder. Ja. Ich bin König. Nein, bist du nicht. Nein. Ja, und Adaria ist in ihrer Badewanne Kapitän. Also von daher... Ich bin König. Ja. Nein, bist du nicht. Ihr müsst jetzt alles tun, was ich sage. Samurai, bring den Wolf um. Warum? Und Hamburger zu mir, ich hab Hunger. Aber du musst doch mal Essens machen. Aber das Mädchen zuerst. Okay, lieber König. Schon mal was von Revolution gehört? Ja, aber dazu muss ein richtiger Kerl sein. Warum gibt es kein Bruchetta-Kostüm? Bruchetta? Das sind meine Freunde, meine großen Fans warten da auf mich. Voll geil. Kommst du denn jetzt auf Bruchetta? Weil ich gerade Hunger auf Bruchetta habe. Oh, wir haben eine Reife Tomate schon angestammt. Ja, davon können wir nun leider keine Bruchetta machen. Also die Map hier habe ich noch nie geschafft. Ein einziges Mal. Ich glaube, ich habe sie... Aber die habe ich nicht geschafft. Nee, das war so. Nein, ein einziges Mal habe ich sie geschafft. Ich glaube, ich auch noch nicht. Nein. Nicht zu laut sagen, mein Freund. Warum? Leute, was macht ihr da? Bleibt doch einfach stehen. Alle kommen drauf ruhig nicht. Stehen. Wer bremst, verliert mein Freund. Ich habe es geschafft. Scheiße. Ich bin direkt neben dir. Ich dachte, er sah schon... Hallo. Hi. Oh, ich habe es aber in der nächsten Runde geschafft. Oh, Schnitzel. Nein, hast du nicht. Doch, doch. Hier in den nächsten Dingens. Also, das meinst du? Ja, okay. Du meinst in die nächste Runde. Jetzt haben sie die nächste Runde geschafft. Hey, Bro. Ich bin so blöd zum Scheißen. Nein. Ich bin so blöd zum Scheißen. Nein. Ich bin so blöd zum Scheißen. Ich bin so blöd zum Scheißen. Oh, geklappt. Ich bin ja auch greif. Hi, Theo. Hi. Es haben echt noch nicht viele geklafen. Ich bin ein bisschen safe hier. 6 von 2. Scheiße. Ich bin ein bisschen safe. Da vorne seid ihr schon. Ich sehe euch. Oha. War das schlecht. Ja, geschafft. Ach, Mann. Da war ich mal einer blöd. Da hat er es endlich mal auf den Fan geschafft. Läuft in die Mitte, fällt runter. Irgendwie habe ich heute kein Glück. Du hast nie Glück. Oh, geschafft. Letzte. Ja, ich habe es in die nächste geschafft. Vielleicht schaffe ich es noch. So, musst du das immer so hart ausdrücken? Ja. Warum? Weil du einen Vertrag nicht unterschrieben hast. Ebener hast du etwas. Ah ja, stimmt. Ich habe ja einen Vertrag mit dem Trouble unterschrieben. Stimmt. Ja. Oder mit einer Dämonin. Ich glaube nicht. Ich habe es nicht geschafft. Ich denke nicht, dass sie der Teufel Teufel ist. Lucifer. Doch. Das hast du jetzt aber selber gesagt. Ja, aber es ist. Weil es wahr ist. Ich schaffe das. Oh ja, ich auch ja. Oh Gott. Ich kann es nur schaffen. Ja. Ich schaffe es. Ich schaffe es. Ich schaffe es. Ich bin direkt. Frau LP? Ja. Schmeißt der mich einfach runter. Schmeißt der mich einfach runter. Was ist das denn für ein kleines Arschloch? Entschuldigung. Egal. Ja, sie hat es auch geschafft. Nice. Ja, ich werde es auch nicht schaffen. Ne, werdet ihr nicht. Bis dahin ist die Zeit um. Ja, das sind zu wenige Sekunden. Nein. Und Runde vorbei. Das ist alles. Ich glaube, das habe ich jetzt zum ersten Mal geschafft. Das war so eben so ein Knicklicht. Zum zweiten Mal geschafft. So ein Knicklicht. Und darauf erstmal einen Schluck Wasser. Huch, warum ist eigentlich meine Rückwand aus plötzlich? Deine Rückwand. Meine Rückwand ist plötzlich aus. Stimmt. Welche Rückwand? Geht doch nicht mehr an. Ach, deine beleuchtete. Ja, meine beleuchtete Rückwand ist kaputt. Das ist dein Rücklicht. Die geht nicht mehr an. Egal. Da kommt der frisches mal eben runter. Süß. Ne, lass das außerhalb der Streams machen. Ja, das wäre vielleicht schlau. Ja. Ich glaube, er ist schon unterwegs. Diggi, ich meine frisches. Mann. Ich meine... Okay, let's try this again. Was hast du denn? Ja, ich will das jetzt nicht während der Streams machen. Er muss ja auch. Wir sind ja auch im Spiel. Ja, mach da aber. Nicht während des Streams fass. Wir sind ja auch im Spiel. Nicht während des Streams. Ja. Ja, bitte nicht. Oh. Das könnte etwas ablenkend sein. Mann. Oh, come on. Glaubst du das... Sie ist grad ein wenig genervt? Ja. Ah, come on. Vor allem, weil ich den Tinker gerade nicht verstehe. Ja, Schnitzel. Das würde ich jetzt sagen. Das sag ich... Das ist ja dein... Oh, nicht mehr ausgeschieden, was so ist. Ich auch. Ja, der haben... Weißt du, das... Ach so, das Schleim. Sudden Death-mäßig unterwegs. Was tut denn das? Äh, bist du noch drinnen? Ich? Nein. Lass uns das später machen, Schatz. Nein. Ey. Ich möchte das so nicht während des Streams machen. Ja, das ist doch wie Handwerken quasi. Jetzt ist er sauer, ey. Jetzt ist er echt sauer. Ja, aber wenn es Stream handwerkt man normalerweise nicht. Nee. Jetzt ist er aber sauer. Ah. Oh, ach nein. Doch, er ist gerade rausgegangen und hat die Tür zugeknallt. Meine Fresse. Meine Güte. Mach das doch morgen in Ruhe und gut isst. Ja, genau das würde ich auch machen. Einfach in Ruhe das morgen machen. Aber das gehört im Stream nicht rein, finde ich. Ja. Also einfach... Das könnte man aber als Tutorial betrachten. Ja, aber vielleicht nicht während dem Gaming Stream. Äh... Ja... Ja... Hast du eigentlich recht? Ich hab dir nur sehr ungern recht, aber du hast recht. Dankeschön. Bitte gerne. Rechnung kommt. Okay. Irgendwie läuft es ja nicht so gut jetzt gerade so. Oder? Was? Irgendwie läuft es ja gerade nicht so gut. Mhm. Weiß ich nicht. Das liegt bestimmt an meinem Oldschool-Wolf-Kostüm, ey. Da musst du ihn mal umziehen. Hm. Weil ich doch nicht will, alle zu gucken. Doch. Nee, ich mag das eigentlich. Guck mal, ich hab sogar Hufe. Ja, du... Dann mach dich auf die Hufen, ne? Ja, haha. Machen wir uns auf die Hufen. Alles. Willkommen zurück. Was ist? Ja, ich glaub, er ist immer noch... Er ist wirklich beleidigt. Wo soll ich denn beleidigt sein? Bin ich ein Kleinkind, oder was? Äh... Aydari hat's gesagt. Ich hab nicht gesagt, dass er beleidigt ist. Okay, jetzt ist... Der jetzt sauer ist. Okay, gut. Ich bin... Ich hab gesagt, dass er rausgestürmt ist. Und das ist sauer ist. Und das gehört ja jetzt auch nicht rein, Sio. Es gehört jetzt hier nicht rein. Okay, okay. Das hat ja jetzt nichts zu suchen. Okay. So, schau mal, was jetzt kommt. Vor allem, wir hatten schon lange nicht mehr Dings als erstes hier dieses, wo du durch die Mauern einfach so rennen musst. Wie heißt das? Torhunger und man rennt nicht. Obwohl nicht, du meinst was anderes. Nein, diese... Diese Türen, wo du durchbrechen kannst und manche sind aber zu. Also... Ja, ich weiß, was du meinst, aber ich hab keine Ahnung, wie das heißt. Nennen wir's einfach Mauern brechen. Oh, wir haben wieder Torhunger. Welche Überraschung. Wieso hab ich das Gefühl, dass du das jetzt wieder nicht schaffst? Okay. Okay. Ich hab doch... Ich wollte das doch gar nicht. Ich hab doch gar nichts gesagt. Ich wollte nicht. Doch, du wolltest. Das wollte ich nicht, nein. Doch, wolltest du. Was wolltest du? Was, wie? Ich wollte durch die Mauern brechen. Ja, aber nicht durch diese Mauern. Nein, ich meine das, wo die zu sind und man durchbrechen kann. Ich weiß, was du meinst, aber das ist auf jeden Fall nicht das, was du meinst. Nein, ich weiß, das ist nicht das. Das weiß er selber, glaub ich. Ja. Ja, ich glaub auch so wird. Ja. Oh, ne Disco-Kugel, wie geil ist das denn? Äh, ja. Er sieht ja cool aus. Er ist ja Tomate. Geschafft. Ja, ich hab's. Oioioioioi, Leute. Ich bin der Macker vom... Oh nein. Oh nein. Oh nein. 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 Schleif. Nein. Nein, nein. Oh nein. Ich will auch mal wieder weiterkommen. Komm schon. Ist das ein Aftershave, du? Oh, Frauke, komm doch. Mensch. Ja. Ja. Oh, geschafft. Ja. 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 Okay, jetzt hab ich's geschafft. Nein. Oh, die letzte Ecke da... Knick dich, ey. Knick dich? Da bleibt einer voll stehen. Oh. Hast du noch geschafft? Ja. Da hinkt ein Feuerwehrmann auf der Linie. Ja, die glocken immer den Weg. Das sind Arschlöcher. Da sind noch mehr Among Uses. Ja. Da waren... Wunderbar, da sind noch zwei übrig. Drei sogar. Haben wir alle geschafft. Mit dem Ei auf dem. Ja. Ja. Glaube ich, oder? Echt, ist die Mehrzahl von Among Us? Also ich hab's gedacht. Natürlich. Ich auch nicht. Ich hab das jetzt einfach nochmal so angenommen. Es gibt keine Mehrzahl von Among Us. Doch, Among Us. Achso. Achso. igger Mustafa. In einem ersten Sem till... Apoce gibt's Apoce... gesagt hat. Ich weiß nicht, aus welcher Seinung das war. Jetzt rede ich. Der hat das auf jeden Fall immer gesagt, Frauentausch, okay. Frauentausch, ja. Wie heißt der? Keine Ahnung. Warte kurz, hat das jetzt jemand aus dem Chat da antwortet? Ja. Nice. Jetzt rede ich. Das bleibt hier alles so, wie es ist. Das habe ich immer geschaut. Mit Andreas. Die hat immer Frauentausch geschaut. Naja, was ich mir schon alles angesehen habe. Frauentausch war ja nie meins. Das ist ja genau wie Nadine the Brain, ne? Erdbeerwurst und Käse. BOS Abfall. Erster Käse. Erdbeerkäse, genau. Erdbeerkäse, stimmt. Ich möchte das Spiegeleider auf dem Kopf haben. Dann musst du dir den den Erdbeeren Ja, wir haben keine Eier. Achso. Wir sind gerade Eier los. Was? Wir haben hier wir haben hier bei uns eine Straußenfarm. Ich bin tatsächlich überlegen, mir mal so ein Straußenein zu holen. Willst du es ausbrüten? Naja. Das ist... Hä? Warum? Nein. Ich dachte, ich hatte was anderes. Achso. Nein. Ich meine Straußenfarm. Ja, willst du es ausbrüten? Ist die... Nein. Ich will es mir in die Pfanne holen. Achso. Ja, willst du es ausbrüten? Was? Ich habe du genießt. Juhu. Nein. Und Kaya, vergiss es. Es geht nicht mal um mich. Ich will auch nicht, dass es... Ich weiß, ich will auch gar nicht, dass es um mich geht. Ich bin doch schon froh, dass ich lebe, Mann. Qualifiziert. Okay, Kaya, siehst du, es geht nicht immer nur um dich. Sind alle drin? Haben das alle geschafft? Ja, ich glaube. Ei, echt? Ich glaube schon, oder? Ist ja geil. Ja, ich habe es geschafft. Das ist auf jeden Fall. Wo ist Frau LP? Ach, da. Ja, Frau LP ist am unteren Ende. Der... Ja, ich habe es am Gürkchen erkannt. Ich bin mich gar nicht, aber ich bin auch weiter. Du bist unter dem Video. Du bist ganz oben. Da war ich. Stimmt. Zweiter Reihe. Ich fände mich gar nicht, aber ich bin auch weiter. Oh, das ist witzig. Sie sind mega lecker. Aber leider haben wir ein paar Leute ein und holen dir einen großen Pfanne. Wir haben das Ei mit einem Bohrer geöffnet. Ja, musst du tatsächlich. Oder mit einem Hammer. Das geht auch. Weil es halt einfach sehr stabil ist, die Eierschale. Ach so, die... Das Straußenei. Das Straußenei meinst du jetzt? Mein Bruder hat letztens ein Ei, weil der arbeitet ja hier im Freizeitpark von den Nandu. Nandu sind ja verwandt mit den Straußenei. Ist doch nicht ganz so groß. Das ist der Unterschied. Also, die größte. Nandu sind ein bisschen kleiner als Sträuße. Oh. Aber da hat er sich auch ein Ei mit nach Hause genommen. Natürlich unbefruchtet, ganz klar. Gut. Was soll das? Und hoffentlich mit Erlaubnis. Ihr Schweine. Mit Erlaubnis. Weil das wäre sonst nicht so toll. Nein, mit Erlaubnis natürlich. Für den Tierpark. Nein, nein, mit Erlaubnis. Nein. Das wäre das ein großes Eierjai. Scheiß. Eieieiei. Eieiei. 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 Und wurde ich da geklebelt und geschützt. Und unverschämt. What? Eine Schnitzel? Willkommen bei Eidaria IP, wo wir Traumata aufüben. Ah, komm schon. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Yes. You. Yes. Eidaria, du bist auch weiter, oder? Ja. Yes. Okay. Das erste Mal, dass ich das geschafft habe. War ich? Nee. Ich glaube, für mich ist das nicht. Hälfte der Leute aus. Ach nee, ein Drittel. So, Eidaria, du und ich im Finale. Du und ich, ich und du. Wir sind eine, zwei, drei. Oh, sie, viel Spaß beim Fußball. Riesenpatzer. Ja, Samurai. Und Deutschland die Daumen. Deutschland, Deutschland. Deutschland, Deutschland. Deutschland, Deutschland. Deutschland, wir sind von dir begeistert. In-sit-tart. Ach feiern wir dich heute wie die Weltmeister. Genau. Heute schon wie die Weltmeister, genau. Okay, da hinten ist der Schweiß. Nis ist ja das EM, ne? Äh, WM. WM. WM, Entschuldigung. WM, Entschuldigung. Schon WM. In Coutar, oder wie das heißt. Aber da haben wir uns doch gar nicht für qualifiziert, oder? Oh, das weiß ich gar nicht. Ich habe keine Ahnung. Dann weiß ich ja was. Da habe ich nicht verfolgt, den ganzen Kram. Da ist er. Schnappe die, Eidaria. Ach so, in Deutschland finde ich es wichtig, wenn sie sich qualifiziert haben. Und Japan. Oder auch nicht. Mal sehen. Vielleicht schaffe ich es. Vielleicht lass es dir auch den Sieg. Nein. Nein. Also nicht einfach. Nein. Nein. Nein, nein, nein. Eidaria soll keine Freude bekommen. Habe ich sowieso nicht. Oh, habe ich sowieso nicht. Autsch. Alter. Okay, dann muss ich ja nichts mehr machen, so. Busch. Ohohohoho. Hey. Eidaria. Extrem. Da ist er. Hey, warte. Hey. Hep. Hey. Gib mir! Gib mir! Gib mir! Gib mir! Ich hab'n Schwanz! Geil, wusste ich schon immer. Ja, ich hab' ihn immer nur von ihr versteckt. Das gehört nicht in den Stream! Mach das unter euch aus! Ich wusste da, dass du Neko bist, aber ich wusste nicht, dass du so Neko bist. Ja doch. Das wär nur ein Image-Ding. Komm schon, Adari, das schaffst du. Heißt das nicht Neko? Ja, komm! Sag doch, ich schaffe! Neko? Ja, schaffst du. Ja! Ja! Ja, das wär das Zweite oder so. Ich hab' es geschafft! Ich hab' bald Schwanz! Nice! Sag' deinen Schwanz sogar behalten! Ich darf' den Schwanz behalten! Der Schwanz ist ganz schön buschig irgendwie. Das war doch gar nicht mal so schlecht! Ich hab' den Schwanz! Danke! Juhu! Bei mir auch! Ja! Ich hab' die Krone auch! Oh, egal! Ich hab' tatsächlich Krönchen! Krönsche! Mhm! Mhm! Das war ein selbe ganzes Krönchen! Dröppchen für Dröppchen! Mhm! Hallo? Kann ich mir das? Was? Nee! Ich hab' mit mir selbst geredet! Ja! Dann solltest du mal zum Arzt gehen! Nee! Der hat mich schon zum Arzt geschickt! Das geht nicht! Ach so! Warte! Dein Arzt schickt dich zum Arzt? Mhm! Und wer schickt... Und wenn... Dein Arzt... Und wie viele Ärzte gibt es? Dann hab' ich zu ihm gesagt, Werner, pass auf! Geh' du mal lieber zum Arzt! Ne? Der Arzt selber erfordert es! Der Arzt heißt... Werner? Dr. Raschke! Dr. Raschke! Werner Raschke! Ah, den hast du auch? Der ist gut! Ja! Aber er schickt einen immer zu anderen Ärzten! Wer ist Werner Raschke? Der fängt immer an zu weinen, wenn ich bei ihm bin! Wer ist Werner Raschke? Warum? Weil da einer größer ist? Nee! Wer ist Werner Raschke? Das ist so wie mit dem Psychologen! Die fangen auch immer an zu weinen, wenn ich bei denen bin! Ja! Jackie Oliver auch! Der fängt auch immer an zu weinen! Kinder müssen doch was gesundes essen! Warum versteht das denn keiner? Wer ist Jackie Oliver? Der Koch! Kennst du mich? Sag mal! Sag mal, was kennst du eigentlich? Ravo sagte mir sowas, aber ich wusste nicht! Ich sehe keinen Fernsehen! Das ist was für... Ich auch nicht! Wir haben auch keinen Fernsehen! Wir haben noch mal einen Fernseheranschluss! Ich hab Internee! Internee! Nee! Tatsächlich, Fernsehen mache ich nur an, wenn jetzt mal hier Andi oder so ist! Wir haben auch keinen Fernsehen! Keine Ahnung! Für Deluxe Music, dass da was nebenbei läuft! Ansonsten... Nö! Alles was für den Seher! Überläuft noch nichts drauf! Das war schwarzes Bild! Ihr schwarzes Bild ist doch cool, oder? Bitte! Zio! Wo lebst du? Hier im Chat! Äh... Was? Wo lebst du hier im Chat? Was? 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 Sagt... Ja, wird im Chat gefragt! Achso! Ich bin schon... Es geht schon wieder weiter! Achso, wo ich lebe! Also, ha! Du musst dich ja nicht großartig vorbereiten! Doch! Okay! Das Sehensche hilft bei dir nicht mehr! Geh nochmal schnell, ob's Chloe's losgeht! Oh! Oh! Let's do this shit! Ich erlob dir das! Ich erlob dir das! Ich erlob dir das! Ich erlob dir das! Okay, jetzt sagen wir alle mal ganz laut Shit! Shit! Ich bin dir quasi zweiter Boss und wenn ich dir das sage, darfst du das auch! Du wärst gern zweiter Boss! Was? Ich weiß schon, wer nachher gebannt wird! Na, wer ist es? Ich? Oh, ja! Oh, ja! Unter anderem, ja! Extra! Extra! Eidaria! Banta! Ihren Mod! Lesen sie alles darüber! Oh, ist das eng! Oh, ihr Noten! Oh! Ihr tollen Leute, meine ich! Oh, ich hab's noch geschafft! Ich glaube, niemand nimmt die Absicht! Sio, wenn du irgendwas wissen willst, wend dich an mich! Du darfst alles! Nein! Natürlich! Immunität! Hallo! Er ist doch Wipp! Er ist Wipp! Ich bin ein Wipp! Ich bin ein Wipp! Wie impotent! Bin ich denn auch hip? Nein! Das bist du sowieso! Very impotent! Impotent! Very important person! Ach so einfach! Sorry! Very important! Nein! Komm schon! Bitte, 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 bitte! Ich will doch! Oh, ist das eng hier alles! Oh! Wenn ich lasen darf, sag ich Bielefeld! Willst du? Ja, bitte! Ich will doch! Ja, komm! Ja! Wunderbärchen! Haben alle geschafft? So lange durch? Nee! Nee! Vergiss das! Nein! Frisches! Die Armflügelchen! Nach der Runde mache ich auch mal... Oh! Na gut! Du bleibst jetzt hier! Pass auf an, wie weit die andere... Wie lange es noch geht? Wie lange die andere... Ich häng da cool! Auch wenn du hier alles darfst, hast du natürlich... Deine Seele ist mir verschrieben! Wenn ich das sage, dann wird das gemacht! Warte Gott! Warte Gott! Du sprichst immer noch mit mir oder mit Frischessen? Mit dir! Okay! Ähm... Ich glaube nicht, dass deine... Ich glaube, du hast mir das nicht gesagt! Hast du nicht das Kleingedruckte gelesen? Ja, mach ich auch eine Geschichte für die Augen! Nein, deswegen bist du ja in dieser Situation! Nicht nur in Bielefeld! Ey, das war jetzt gemein! Wunderpunkt! Ein was? Ein Wunderpunkt! Achso! Sio, kennst du die Sesamstraße? Ja... Fragt Tata gerade! Uiuiui! Tiffi, Herr von Grüneberg! Und die Leute übertreiben es! Ich kenne eine Sache nicht, und die Leute flippen aus! Nein! Nein! Was? Sicher? Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich die... Die Sesamstraße kenne! Danke! Nilo! Tiffi! Von Grünefeld! Uuiuiuiui! Jamesonen! Die haben noch gesoffen, haben die doch... Ja Türkos, hast du so etwas gar nicht produziert? Nее2 Eh, hätten wir eigentlich mitmachen müssen, oder? Ja, eigentlich schon! Wir leben doch alles! Ich? Alle! Nein! Zero und ich sind raus! Zero... Du bist ja eigentlich immer Zero? ich kann mir das nicht abgewöhnen ach so ist nicht böse gemeint es geht einfach nicht ach jetzt müssen aber ja doch jetzt muss ich mir zu dass ich gerade sage muss da den max kennst du aber alle sagen also wir sagen halt immer nur dann alles andere ist nicht mehr das andere ist ganz vorne wo ist der hamburger spiel ist noch kurz vorm ende seid ihr alle raus nein so gerade so geschafft ich habe es gerade so nicht geschafft kennt ihr denn alle bernie und erd okay ich verstehe das wieder so eine youtube samstag nacht ja nein danke ist super wie hieß das denn kennst du noch freitagnacht news ja freitagnacht news von kebab 11 die dörnerpolizei das hört sich witzig an das war auch witzig die dörnerpolizei muttert waldig sammer bernie was machst du da eigentlich du er ich schicke mir ein von der palme oder hier frisch ist eine time live präsentiert ein live präsentiert boah das dürfen wir jetzt das dürfen wir jetzt nicht sagen wenn man leider wohnheit ist gut wenn du ich weiß worauf du ihn auswählst kenne ich aber dank tatsächlich nur dank 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 euch erkanntest du gar nicht davor tatsächlich nicht ne was war zuerst da oder huhn genau schack norris echt jetzt schack norris witz oh gott war das eng hat die ein glück hat die ein glück bist du bist du hat die ein glück ja ist sie oh das ist eine runde meine damen und herren gratulation hat die ein glück oh yeah liegt an dir oh yeah liegt an dir and you got the blue ja weil ich zwischendurch unten war darf ich sie mal an dir becke titten was 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 hat er gerade geschrieben hä geschüttelt nicht gerührt aber ich werde gerührt wenn sie mir eins schütteln ja wir verreisen jedes jahr es geht an die greizer schwänze schweizer grenze ja immer gehen italien also richtung italien meine ich eure anspülungen sind echt qualitativ schwach ich bin da sehr einfach gestrickt von daher ja ich kann mal zwei dritte der leute finden das auch lustig glaube ich also die leute mit humor die verstehen das ja komm mal die früchte sind guck mal die früchte sind von chiquita das sogar da aufklären da ist dieses ding drauf da chiquita 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 von folgita chiquita banana weil das ist ja das folgai-universum da gibt es keine chiquitas jetzt schon jetzt schon ne das sind folgai chiquitas chiquita von dita folgai folgai folg und folg hat es nicht geschafft nein was soll es nächste runde von dita die der meine letzte die der die der neoklasse letzte runde für heute oh ich will ich will darf ich sie mal in die becke tippen kenne ich nicht nee ach kentucky schreit ja dass ich ja siehst du ja shatterlose und guten humor wie wir ah ich muss hier noch bestätigen äh rückenkrennung bestätigen oh gott nein nein silly chatting lassen sie das scheiße hehehe 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 oh nein puszisz hehehe ehehe sehr cool Nein. Fast Partnerlook, Frisches. Stimmt. Ich finde meine Unterböchse nicht super. Ja, die ist wunderschön. Ja. Wenn wir nicht gefallen sind und so weiter. Wenn wir nicht aufgeschlagen sind, dann fallen wir noch heute. Korrekt. Ich glaube, mir gefällt dieser Techno-Remix. Ja, mir auch nicht. Hey, Strop. Zeit in der... Buzikatz, Buzikatz, Buzikatz. Oh, bist du ein... Binnen der Höhlen, das hatten wir, glaube ich. Bist du ein Bipo-Extra? Jo. Manchmal. In Übrigen, wieso heißt es eigentlich Beatboxing? Man boxt doch niemanden. Also man schlagt doch keine Boxen. Aber man beatet aber ordentlich. Ja, aber man schlagt doch keine Boxen. Ich weiß nicht warum. Okay, da schlagt keine Boxen, okay? Aber ich möchte die Boxen schlagen. Aber ich möchte die Boxen schlagen. Nein, das hier ist nicht Jack und Dexter. Ich seh doch den Keks. Ich seh doch den Keks. Aydaria, das ist nicht Jack und Dexter. Du darfst hier keine Boxen schlagen. Aber ich möchte die Boxen. Aydaria, hier geht es nicht um... Hier geht es nicht um dich. Genau. Wap, 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 wap. Achso, da fliegt sich... Und es geht auch nicht um dich. Doch. Ja, ich will auch nicht, dass es um mich geht. Ja, ich will auch nicht, dass es um mich geht. Es geht nicht mal. Hallo, ich bin immer froh, wenn ich ganz weit außen vor bin, irgendwo. Digi, nein, nein, es geht nicht alles um dich. Ich hab's doch gar nichts gesagt. Hör auf. Hör auf zu sagen, dass es alles um dich geht. Ich hab's doch gar nichts gesagt. Digi, nein. Ich heul gleich. Höse Fui. Ich heul gleich. Heul leise. Ah, scheiße. Was ist das denn für eine blöde Kacke? Zio bringt Digi zum Heul. Lesen Sie jetzt alles darüber. Nee. Was ist denn jetzt? Heute geht nicht alles um Sonder-Sonder-Sonder-Sieke. Geht alles, geht wirklich alles nicht hier um Digi? Das steht morgen, steht in der Lippischen, ey. Scheiße. Was für eine Lippische. Ja, unsere Zeitung hier. Lippisch oder Läppisch? Lippisch. Ja, ich komm aus Lippe, also Lippe. Nein. Ist für Jürgen oder Lippe. Jetzt bin ich runtergekommen. Oder Philmann. Philmann? Ich weiß nur viel, Mann. Schließt mal nur zwei Augen. Nein, bitte nicht, komm. Oh, come on. Komm, komm. Ja, wir schaffen's. Ja. Ja, ich hab' ich schlafen. Aber ich glaub' nicht. Ja. Ja. Wie hast du gesehen? Sehr schön. Wunderbar. Ich hab' dir am Arsch geklebt. Plätze. Ja, du darfst mich auch am Arsch kleben. Du darfst das. Geil. Geil. Ja, ich find' dich auch geil. Schafft Eidaria es noch? Nein. Ich dachte, sie ist schon. Ich glaube, ich bin... Wann soll ich das denn gemacht haben? Ich schaff's auch nicht, ne. Ey, die Map liegt dir doch eigentlich hier oder nicht? Nein. Jetzt haben's nur wir beide geschafft, oder was? Ich glaube, darauf läuft's alles aus. Nee, sieht nicht danach aus, dass Solidarius schafft. Oder? Vielleicht? Hm? Nein. Wir beiden alten Männer, wir schaffen das. Wir machen dir Jürgen noch einen vor hier, du. Ja, mach dir. Das mit Rollator. Ja, wirklich. Ist so. Und zweiten, dritten, vierten und so. Und Brille und... Hörgerät. Zehen meinst du jetzt, oder was? Ja, Hörgerät, genau. Meinst du jetzt dritte, vierte Zehne, oder was? Das war jetzt ne Anspielung. Okay. Was? Also nicht auf Zehne. Lass doch mal meine Zehne in den Mund. Zehne, 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 Zehne. Ja, ist bald schon wieder Zehne, ne? Geht schon wieder auf Zehne zu. Oh, gleich, gleich, die letzte Runde hier. Fußball geht gleich los, du. Jo. Ah, na. Und da bin ich dann. Oh, na. Dann bin ich dann auch aus den Rennen gleich. Wenn ihr nach dieser Runde. Runde? Warum rottst du denn das Aerozor? Keine Ahnung. Ich komm aus Texas. Nein, kommst du nicht. Oh, my exes live in Texas. Oh mein Gott. Hast du viele Exes? Willst du das Deed nicht? Nein, das Deed kennst du nicht. Ich hab ehrlich gesagt, nicht viele Exes, nein. Nein, diese Wittenköcke ist das. Ich hasse es. Ich auch. Das war noch nie geschafft. Euch auch. Euch auch. Nein, 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 nein. Gute Nacht. Gute Nacht. Morgens. Bis morgens. Schlafen geht. Gute Nacht. Ich glaub Tartan, ne? Kann das sein? Ja. Tartar-Soße? Nein. Oh, Leute, was macht ihr denn da? Ich weiß gar nicht, was damit steht. Ich glaub, ich hatte einmal Tartar-Soße. Tartar-Soße ist meinig. Oh Gott, ich müsste es eigentlich wissen. Aber ich glaube, es ist bei Tartaren-Soße eine abgeleitete Mayonnaise mit Sardellen und Kapern. Abgeleitet? Abgeleitet. Ja, abgeleitet. Also weißt du, dass Leute genommen haben und so? Nein, ne Ableitung ist halt einfach, es ist wie ne Remoulade. Funktionärisch. Ne Remoulade wird auch aus einer normalen Mayonnaise gemacht. Achso, ne Ableitung im Sinne von, man nimmt jetzt anderes und macht's halt. Genau. Genau. Richtig. Oder halt wie ne Hollandaise, daraus machst du ne Bärnaise und Tralala und Ufftata. Das ist der Unterschied zwischen Hollandaise und Bärnaise. Bei Bärnaise kommt Kräuter rein, so wie Kerbel und so. Kerbel? Oh, komm, 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 Bärbel? Ne, Kerbel und Bärbel, die haben Schluss gemacht. Ich war live dabei, das war nicht schön. Du bist vor Kaya. Live im Fernsehen oder was? Ne, bei meiner Koch-Ausbildung habe ich Schluss gemacht mit denen. Ey, die haben Schluss gemacht. Wollte kurz sagen, warst du mit beiden im Bunde. Ich war mit beiden im Bett, ja. Komm, nein! Das soll ja aus! Weißte! Ach, nee, komm, das wird doch nichts, ey. Bei mir geht's hier sogar. Komm, du machst das, bitte. Du bist, rette unsere Erde. Und unsere Erde? Ehre. Oh, nein! Hast du's? Nee. Nein, scheiße. Well, das liegt nicht so toll. Wait, wait, wait! Kannst du laut sagen? Well, ich mache mich dann von die Acker, meine Damen und Herren. Mach das. Und ja, wir sehen uns das nächste Woche, ne? Ach, du bist jetzt weg. Ja, es ist schon fast 21 Uhr. Schön, dass du gehst. Nein, Spaß, ich gehe jetzt auch. Genau, du siehst nämlich Fernsehen. Und dann wird ihr beide gleich wieder Herr der Ringe oder was auch immer spielen. Nee, FF 14. Verlasst uns alle. Dankeschön. Gerne, bye! Tschüss, tschüss. Tschüss, tschüss. Hat Spaß getan. Frisches. Bis zum nächsten Mal. Oh, FF 14 zocken. Jetzt. Ich. Okay, jetzt aber irgendeine Final Fantasy. Ich. 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 Bye und bis zum nächsten Mal. Ciao. Yo. Ciao. Ciao. Irgendeine Final Fantasy hatte ich doch sogar. Hattest du das nicht nur auf der Wunschliste? Nee, ich habe mir mal nicht eins geholt. Uh. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.